So, ich schreibe mir nicht auf den Hof geflogen. Wie versprach? Sie haben ja schon etwas über meine Supplemente. Supplemente heisst du so schnellstens, wie diverse Sachen, die in einer Pilleform oder Flüssigform zu Hause hält, die in einer Ernährung in diesem Moment vielleicht nicht kriegt, wenn man eine ganz normale, gesunde Ernährung hat, braucht man das nicht. Aber wenn man während langer Zeit einen Kaloriendefizit hat, dann kann man das nicht schlecht für den oder den anderen zu supplementieren. Weil das kann einem einfach helfen. Solange es irgendjemand nicht anhält und ihr sein Training proper mischt, kann das einem einfach helfen. Dafür fängt man einfach mal an. Ein ganz normale Basis, würde ich auch immer holen, auch wenn ich gerade keine Diät mache, wäre das Multivitamin. Einfach. weil ich trotz allem mit der Ernährung nicht immer alle guten Vitaminen so gekriegt finde, das muss man. Aber auch nicht immer zu 100%. Aber wenn ich das nicht so, wenn ich es nicht so sehr dozeihe, dass ich meinen Körper aus dem Schädel finde, weil ich einfach ein bisschen Multivitamin habe. Und Omega-3 Omega-3 Fischölös. Wichtig ist, dass ihr nicht Omega-3-Sexa-Ning hält. Weil Omega-Sexa-Ning wird ja meistens mehr an der Ernährung, respektive viel mehr zu Hause, als Omega-3. Und Omega-3 ist aber den, den anderen, wenn er nicht hat. Ihr seht, mein Gehir funktioniert nicht wirklich so gut. Omega-3 ist der, den ihr nicht genug zu Hause hält. Dafür rangen Omega-3 und auch außerhalb von der Diät. Das Studier beweisen einfach, wir holen es nicht genug zu Hause. Und werde ich auch noch einmal supplementieren. Das sieht vor allem, wir roden als Vitamin D3. Dass die Vitamine, die gebildet wird, von denen so noch rausgeht. Wir bewegen uns nicht mehr so viel dabei, dass wir genug Vitamin D3 bilden. Dass sie gut findet, krank zu gehen. das unterstützt das Immunsystem. Aber weiss, was wenn der Vitamin D3 ist, dass der K2 nicht mehr dran ist. Denn wenn der K2 nicht mehr dran ist, dann kann der Kdeppot nicht mehr aufhängen. Wenn der K2 nicht mehr dran ist, wenn der K2 nicht mehr dran ist, Dann Sachen, die ich sonst benutze, die ich nicht mehr an der Diät benutze, das ist der Kreatin. Kreatin zieht ein bisschen Wasser, zieht aber kein Wasser an die Haut, das ist ein bisschen zu wissen. Zieht Wasser an den Muskeln, dafür kann der Muskel mehr belastet gehen, respektive die Eng- oder die Ernerwiederholung kann ich vielleicht mehr machen, das ist der Kreatin. Kreatin ist kein Doping, absolut nicht. Kreatin ist selbst wenn es im Körper verfügbar ist, was eben aufgebraucht wird durch ein Training. Was man auch durch Ernährung zeigen soll, soweit ich weiß, dass es rote Fleisch ist. Aber ich habe zum Beispiel gar keine rote Fleisch mehr in einer Diät, dementsprechend tun sich das auch ganz wenig nach dem Sommer. Und dafür geht das noch ein bisschen supplementiert. Am ersten Fall flitterte Reister Diät raus. BCAA Brain Chain Amino Seeds Mehrkattisch Aminosäuren Der Körper kriegt die, was ich selber hergestellt habe. Das sind essentielle Aminosäuren dran. Es ist essentiell, wenn man die Körper braucht, um zu überleben, ohne die Aminosäuren, wenn die Körper nicht überlebensfähig ist. Wie man natürlich auch essen, die Proteine und so weiter und so fort. Aber auch wenn man in einer Diät braucht, weil man kann sehr viele supplementaire werden. Ich nehme meine Gläser an für ein Training und dann ist das ok. Glutamin, das ist ein von den Aminosäuren, wo ich heute dran habe. Ich möchte nur noch ein bisschen stärken, weil Glutamin ist das für das, für die Muskeln zu regenerieren. Viel besser zu regenerieren. Das heißt, wenn du nur wüsst, du musst nur einen langen Streck laufen. Oder du plönerst, dass viel Arbeit eben am plönern. Und du wüsst dann, wenn du da gerät, kannst du gerne ein bisschen Glutamin. Am besten auch, wie es für ein Bett ist. Aber alles. Und das hilft, den Muskel zu regenerieren. Ich werde auch einen Moment, ich zeige mal das Chrom machen. Um Chrom herläuft, den Blutzucker stabil zu halten. Das heißt, dass die nicht so viel, also die Glucoselevel, also am Blut stabil zu halten. Sodass Insulin nicht so massiv sprengen möchte. Du weißt ja, wenn man essen, geht eine Insulin an die Blut. Für, dass die Zuckern, die zu Hause geholt kaufen, aufgebaut gehen. Respektive aus dem Blut rausgeholt gehen. Und das kann nicht sein, weil man massiv Insulin produzieren. Dass wir dann an einem Loch fällen. Aber wenn man ein bisschen mehr an Glukose, das begibt der Glukosespiegel, mehr stabil ist, ist unser Insulinlevel auch mehr stabil. Er geht nicht von ganz oben bis ganz an den Keller. Wenn man am Keller rausht, haben wir einen Hals und nur Attacke. Kennen wir alle Gute. Dann, Probiotik. Ja, ich habe ein Bakterienzimmer für meinen Däumen zu stabilisieren. Für rund 2 Jahre Lungenzenke haben wir dann eine ziemlich schlimme Däumeninfektion am Spidol. Und seitdem hat sich meine Verdauung nicht mehr ordentlich geregelt. Ich muss das so tun. Ich habe schon nach der Zeit drei Schichten geschafft. Das hat auch nicht dazu beiträgt, dass die ganze Körperfunktionen einwandfrei funktionieren. Und da sind ich bei den Doktor gegangen. Und da konnte ich mit Probiotischen Mitteln verschrieben, um die ganze Darmflora in den Leischgewicht zu bringen. Und seitdem denke ich mir nicht mehr am liebenden Wäsch. Ich will nicht permanent. Und das auch nicht schädlich. Ich habe mich gefragt, dass ich mich noch an der Probiotischen Mitteln tritt noch an der Probiotischen Mitteln und es wird einfach bei der Verdauung die ganze Darmflora stabil sein. Ihr wisst ja, wir haben alle gute Bakterien am Däumen. Jetzt sind mal meine Beise dabei. Und sie sind gut dabei, die bei der Verdauung helfen. Wenn die Beise aber ein bisschen in die Hand kriegen, dann können wir sonst die ganze Darmflora ein bisschen geschädigt gehen. Und die ganze Verdauung funktionieren nicht mehr so. Ich gehe nicht an die Teile. Dann werde ich noch holen für ein Training als Beta-Alanin. Also B-Alanin, eine Schmengen, das Hölft, da drin abzumachen. Das muss echt Blut besser circulieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich lese das Betalanin und L-Arginin, aber ich muss gar nicht sagen, dass ich so ein Betalanin ist natürlich auch ein Aminosäuer, das die Körper da fessiert und habe dann ein bisschen gesagt, ich habe es zu Hause geholt, was Betalanin möchte, verschieden erkennt, wenn er schon einen Booster geholt hat, das ist das Prickeln in der Haut, also wir kribbeln immer in den Noren und haben ja gesehen, ich will am liebsten kratzen gehen, anderen auch oft an den Beinen. Wenn ich nicht fragen, ob das ein bisschen ähnelt ist, ja, bei mir kribbelt das hier. Voilà, da sind wir schon durch, wir da sind, oh nein, der Fisch ist vergiss. Alle an MSM, alle als Alpha Liponsäuer an MSM als, wie hier steht es? Methylsulfonylmethan. Schon noch ganz rezentig mal da angefangen, nachdem sich ein Studier, respektive Poststudier geliehen ist und ich gucke, ob ich es dir auch heute verlinken kann. Ja, da ist alle sowohl wie MSM von den Doktoren ziemlich heiß gepreist gehen, weil Entzündungsehemen, dass MSM, im Fall, helft Entzündungen am Körper fortzukriegen, natürlich trainieren. Das ist ja auch immer ein Reiz, den ich den Muskel ausset, dann, der Muskel hat Verletzungen und, ähm, für zu vermeiden, dass das sich zu viel entzündet, also das Regeneration besser als das MSM gut. Und dann haben alle Fälle die Ponsäuer als ein Antioxidant. Man hat das nicht nur ein Antioxidant, man hat das ein Antioxidant von den Antioxidantien. Bei T-Stadt, der T-Stadt, der T-Stadt befreitet den Körper von negativen Stoffen. Der Körper kann das alles selber hinbauen und hat auch alle die Bausteine für all die Antioxidantien selber herzustellen, wie zum Beispiel den Kuhziehen, äh, das kann ich nur nachsuchen. Das Problem ist, dass man im Alter gibt die Produktion ein bisschen mehr los. Und, ähm, der Tote unterstützt eigentlich den Körper, sich selber zu unterstützen. Ernst, das kann ich nicht so hören. Es sind an den Studien rausgefallen, dass da Leute, ähm, es sind einer oder anderen Leute mit Krebs behandelt gehen, und so weiter, so fort. Also, das ist wirklich impressionant, ähm, was, was, das kann sich bewirken. Und, nachdem ich das gelesen und ich bin dann mal gestört. Und, ähm, das kann ich nicht so hören. Auch da, ob keine Dosis ist, die zu Hause ist, wird nicht benutzt, wird nicht ausgeschieden. Dementsprechend, ähm, das ist mein Kiepern ist schlecht, dass du mal da. Ich sehe zwar immer impressionant aus, wenn ich meine kleine Dippeche mit den Pillen auspacken, weil das ist schon so ein, ein großes Dippeche, wo dann immer, ah, wie bei den anderen Leuten. Mein, mein, mittes, oberes, nütz. Immer so ein Kompartimente, das ist viel nicht. Und, äh, ja, dann freuen sich Leute natürlich auch immer, was ich da für Sachen zu holen will. Weil das alles einfach erklärt, dass es nicht schlimm ist. Ich versuche, meinen Körper ein bisschen zu unterstützen, während ich schon durch die, durch die Diäte blohen. Weil, ehrlich, das kann ich natürlich nicht nennen. Und, das lasse ich einfach um. Der Tee ist mir nur noch. Vöne Wochen. Vöne Wochen bis zur Kompetition. Mein Körper reagiert immer mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich fertig bin für die Kompetition. Also, Sprezzin. Ähm, der Körper wird angefangen, ein bisschen mit Slowmotion zu reagieren. Dafür werde ich auch noch bei einem Doktor und schon mal eine Blutanalyse aufschreiben, glaube ich. Für alle meine Hormonelle Werte ein bisschen zu kontrollieren. Weil, äh, du kannst so viel... Also, ich kann jetzt auch sicher, ich will zu viel Fouten machen durch die Diäten. Da muss ich das immer ein bisschen anbehalten. Dafür ist es wichtig, dass ich dann noch riesig, meistens eine größere Blutanalyse machen leist. Für diese Sachen zu checken. Die Blutanalyse kann doch erst. Ich meine, ich gehe meinen dann. Und dann werde ich die Resultaten am Mittwoch, Donnerst, um das hast. Der nächste Vlog, wisst ihr mich. Natürlich, als es so, wenn ich nicht fertig bin für die Kompetition, dann gehe ich natürlich nicht aufbauen. Ähm... Ich meine, nicht gerne halbe Sachen. Und gerne halbe Sachen. Aber wenn ich nicht fertig bin, dann habe ich die Woche die Sprache für noch fertig zu gehen. Auch wenn ich dann noch keine Bühnen klamm, wenn ich hier auch altfahre, meine ich ja. Um den Punkt zu bringen, wo er so sein soll. Und dann, behalte ich euch natürlich auch da, um laufen, dann zeige ich das ganz los. Das mache ich sowieso nur die Kompetition. Da gibt es Schmengen pro Woche, ich nehme 100 Kalorien an der Ernährung beigefügt. Also, die ist vor ein bisschen mehr. Weil wir bleiben nicht auf dem ganz niedrigen Wert, eher mal auf Bühnen klammen. diese ganz niedrigen Kalorien, die ich in dem Moment habe eher schon auf Bühnen klammen. Aber wir gehen da ein bisschen, in einen kleinen Sprung herab. Und ab dann, geht los Kalorien beigefügt, los der Cardio rausgecycelt. Ich nenne den Angry Wurst Diet. Weil, ein schöner Körper, der sehr Muskeln abbaut, aber auch sehr Fett abbaut. Natürlich sind vier sind No-Dealer. Ich kenne noch Leute, die sind so eine strischende Landschaft, respektive immens dünn, am drischen. Und die probieren, Muskeln mal so abzubauen. Und die brauchen einfach immens lang. Das sind einfach verschiedene Körpertypen. Ich gehöre nicht zu dem Körpertyp. Ich baue Gott sei Dank gut an Sehermuskeln ab, aber leider ein bisschen Fett. Fett ist ja auch gesunder, wichtig ist, Fett als nächstes. Weil die Fräuleitskörper muss funktionieren. Und ich brauche Fett dafür. Aber, jetzt soll ich auch nicht zu viel sein. Und ich probiere, das ein bisschen mehr in der Kontrolle zu halten als die letzte Kompetition. Und danach muss ich sagen, so viele Fetthunde nicht abgebaut, so viele Hunde auch noch nicht beigeholt. Also es sind auch bei weitem da, so drinnen, wie ich angefangen habe. Und aber, heute können ein bis zwei Kilometer sein. Die wären auch schon fach. Mais was, jetzt könnt ihr mir heute anschauen, wie ihr mögt, dann der Körper reagiert. Ja, doch, heute anschauen, wie ihr mögt. So, lasst uns jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Hey, die Leute, vielleicht schon wieder versteht mich, ich sitze gerade am Starbucks, zum Beispiel, wo noch festgestellt war, im Vlog, für meine Supplemente, dass ich ein sehr soziales Vergieß habe. Und zwar, meine Nutzroutine. Nutz, also so, dass ich auch gesehen, schlafen gehen, auch nach ZM einholen. Und das Zink, Magnesium, Magnesium, kann ich immer, das ist auch mindestens 450 Milligramm, denn daher kommen, ja, für die Mengenstufe, diese Spitze zu regenerieren. Und du hast eben dann Zink mit dran, für das die Körper dort besser kann, abholen. Das auch, was ich noch holen, für den Nutz, für den guten Schlafen, das gab auch Melatonin. Nicht zu verwirseln, mit irgendeinem Schlafmittel, gab auch Melatonin, das sind Kiefer ähnliche Stoffe, die die Kiefer außen spielt, die aber durch die Diät, ähm, gibt ein bisschen das Dickgebild, das heißt, der Schlaf geht nicht mehr so bei, wo nicht mehr in Ruhe nicht mehr, aber wenn die nicht gut schlägt, weil die kann unterschiedliche Generation, und die wird unterschiedliche Generation, weil die kann unterschiedliche Resultate, die nicht sprechen, oder die Lauter, die ist schrecklich. Egal. Ähm, voilà. Das war's. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bleib dabei, aber wenn du damit wissen, wenn du es zum nächsten Vlog machen willst, dann in den nächsten Vlog gucken. Bis dann. Ciao, ciao.